Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video hier. Heute schauen wir uns Dayquan an, einer der interessantesten und stärksten Double Pump Spieler überhaupt. Wie er nun jetzt spielt, werden wir uns anschauen. Ich kenne das Video nicht, aber ich bin extrem gespannt, wie er spielen wird. Und ich bin vor allem auch gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Findet ihr, dass Dayquan einer der krassesten Double Pump Spieler überhaupt in dem Spiel ist? So sagen, es müssen die meisten, und ich bin schon der Ansicht, dass er ein super guter Double Pump Spieler ist. Aber ob er das nun wirklich ist, der beste Double Pump Spieler, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt anschauen. Ich kenne mich mit einigen Videos von ihm schon aus. Ich weiß grob, wie er spielt, aber dieses Video kenne ich nicht. Und das teilen wir mit euch gemeinsam. Vielen Dank wieder fürs Mitschauen und lass mir eine Bewertung einen Kommentar da. Okay, dann zeig mal ja, was du kannst. Das ist Solo-Squad übrigens. Holy shit. Oh, der war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt, was er gemacht hat. Hey, Brother. Okay, hochbauen ist ja schon mal... What the fuck? Hey, 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 hey. Brother. Please. Was macht der denn? Okay, das ist jetzt echt merkwürdig. Oh, easy. Easy. Ich muss auch zugeben, Ninja hat ja auch schon gegen Dayquan gespielt. Und hat selber schon gesagt, dass eben Dayquan ein wirklich krasser Spieler ist. Also, der ist wirklich krank, Leute. Das meine ich, ich mache das nicht einfach so. Diese React-Videos teile ich ja gerne mit euch, um einfach auch alleine meine Meinung hier mit euch zu teilen. Und auch da wirklich... Ich kenne das Video ja nicht. Auch extra mit euch zu teilen. Guck mal, er baut... Guckt euch mal an. Und... Also, allein Ninja... Allein Ninja zum Beispiel hat ja auch schon gesagt gehabt, dass... Also, dass sie halt nochmal gerne gegeneinander spielen wollen würden, unter anderem. Junge, wie viele... Guckt euch das mal an. Er nimmt nur Shotguns, der Typ. Gut, fast nur Shotguns. Er ist einfach krank. Er hat jede Art von Shotguns. Er kann so gut mit Shotgun umgehen. Ich kenne beim besten Willen keinen, der so gut mit Shotgun umgehen kann. Echt nicht. Das ist krank. Das ist krank, Bruder. Das ist krank. Ich finde ihn wirklich... Also, es gibt wenig gute Spieler, die... Also, es gibt schon gute Spieler, ne? Das will ich jetzt nicht sagen. Es gibt mega viele Spieler, auch die man vielleicht nicht so kennt. Aber mir ist halt aufgefallen, dass es nicht so viele gute Spieler gibt, die halt eben so unglaublich fantastisch bauen kann, wie... Dequan irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Äh, nicht bauen, sondern mit der Pumpgun spielen können. Er ist einfach... Es sieht... Es sieht... Es sieht jetzt nicht besonders aus, ne? Ich glaube, jetzt fällt er runter. Fällt runter. Oh, das ist nicht gut. Oh. Den hat er übel genommen. Die goldene... Die goldene Pumpe, ne? Die war für sowas von dermaßen geil. Was meinst du, Bruder? Komm her, Bruder! Ah! Later, Bruder! Er hat einfach alleine seine Kommentare, wenn er spielt. Seine Kommentare, wenn er spielt, ne? Allein, wenn er sagt, my high ground, bro. Oder sowas in der Art. Boom! Er hat tagt, bro. Ich sah all diese Scheiße. Er ist einfach krass. Er ist einfach krass. Wirklich. Ist einfach krass. Wer ist für euch denn der beste Shotgun-Spieler? Habt ihr sowas? Einen besten Shotgun-Spieler oder so? Würde mich mal echt interessieren. Ist das wirklich was du willst, Bruder? Ist das wirklich was du willst, Bruder? Oh, du stirbst, wenn du so weitermachst. Yo, Pierre, you wanna come out here? Was war das denn? Hä, was war das denn? Was war das denn gerade für den Sound? Habt ihr ihn gehört? What the fuck? Oh, oh. Come on. Shit. Jetzt ist er, ist wieder gearscht. Jetzt sieht es schlecht aus, Bro. Kommt einer hoch, Mann. Hab's gehört. Sehr nice. Was für ein Zuckertod, ey. Ungelogen. So spielt man Fortnite, ey. Fuck. Boah, Mann, Alter. Der ist richtig krank. Der ist wirklich krank. Richtig krank. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Er hat sich einfach kurz eingemauert. Fackel. Ach, Fackel, sag ich. Lagerfeuer. Easy. Das ist ein kranker Typ. Jewish Ass here. What a name, brother. Oh, 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 oh. Gimme, gimme. Au. Was hat der bitte für einen Aim? There's a guy right there. Ehrlich, also wirklich. Hey. Pumpgun, finde ich, kann er besser spielen als Ninja. How you doing, boy? Aber es kommt halt einfach auch daher. Er spielt fast nur mit Pumpgun, der Typ. Der Typ ist dafür nicht so gut. Ich hab den nicht einmal, glaube ich, mit... Mit... Sniper oder so spielen sehen. Also schon, ne, aber halt nicht so oft. Irgendwie muss ich zugeben. Oh, fuck. Fuck me, dude. Das sieht schlecht aus, man. Woooo. Camera up. Boah, Alter, wie sch... Er baut schon schnell, ne? Wir haben eigentlich ein bisschen an Ninja. Ach, an Myth, muss ich zugeben. Wobei, man muss ja auch sagen, die sind ja auch mit Leuten wie Myth oder so super befreundet. Ich mein, ich weiß, sind das sogar Brüder? Ich weiß es gar nicht. Wait, do they not know where I am? Können Sie mal gerne in die Kommentare schreiben, dass Brüder sind. Ey, nee, ey. Das kann nicht euer Ernst sein. Gut, er spielt auch gegen ein paar Noobs und Horrorsagen, aber trotzdem. Hat nicht... Tut nicht zur Sache. Holy shit. Ist am Ende. Fuck. Oh mein Gott, darauf hätte ich gar keinen Bock. Guck mal, wie viele Damage-Böden bei dem machen. Fuck, er ist richtig am Arsch. Er muss sich ja vor allem noch bewegen, ne? Er muss ja wieder zurückpushen. Oh fuck. Are you serious? Oh mein Gott, wir hatten denen gehalten. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab. What the fuck? So what you wanna do, baby? What the fuck? Y'all try me. Like, I'm not about that life, baby. Was für ein krankes Schwein, ey. Sorry, aber das... Like, if you pull up on me, I'm not gonna let you down. Ich hab ernsthaft Gänsehaut. What are you talking about? Brother? Ey, ist so heftig der Typ, Alter. Der rastet ja einfach aus. Juck den einfach nicht. Ey, er ist echt gut, Mann. Ich find, der dir, wie er die gekillt hat, das ist schon krass krank, ey. Where your ugly ass at, son? Oh. What are you talking about? Brother? Where your ugly ass at? Back there, son? Who want it? Hinter dir war noch Mats, man. Who want the business? Hinter dir auch? Ja, okay. Ich würd schon sagen. Look at these resources. Ich dachte, er lämpt die gar nicht. You're gonna die Gas, buddy. Nah, you're gonna die to me. You're gonna die to me, boy! You're gonna die to me, boy! What the fuck? Let's go! Let's go! Man, einfach solo? What are you talking about? Ah, ungelogen. Jetzt, wie er die besiegt hat, ne? Das war jetzt krank. Das ist einfach krank, wie er spielt, teilweise. Echt, also sorry, ich das sage. Für mich ist der, für mich ist der schon. Grace. What the fuck? Man kennt immer nur so, man kennt halt immer nur so Leute wie Myth, Ninja, und das war's. Finde ich jetzt so, ne? Aber Daekwon ist auch so ein Spieler, der ist voll unterschätzt, ehrlich. Der ist richtig gut. Oh, ich dachte, ich hatte einen Auto-Shotty, bro. Ich bin trippin'. Kann ich meine Shotgun zurück, bitte? Okay. Easy. Wie viel hat sie es, bro? Shit. Krank. Einfach krank. Ey, ist wirklich, also... Ich finde es auch... Alrighty, boys. Bisher, jeden, den ich bislang so mir angeguckt habe, ne? Ist er wirklich, ist er wirklich einer der heftigsten, der brutalsten Fortnite-Spieler, Pumpgun-Spieler überhaupt. Wirklich. Komm her, Ball! Oh mein Gott, ich habe einen Schuss. Boop, boop. Das Witzige ist... Der spielt gerade nur gegen Noobs, ne? Bislang, wie wir uns das jetzt angeguckt haben, hat er bislang nur gegen Noobs gespielt. You're done now. Heilige Scheiße. Oh, shit. Okay, schauen wir uns das Battle hier an. Gegen zwei, drei Spieler spielt er jetzt. Er holt sich sofort den High Ground. Das ist so wichtig in dem Spiel. Und jetzt? Zwei, drei Schüsse perfekt bestroffen. Einfach genau richtig bestroffen. Wait, why had that not hit? Holy shit, ey. Ist einfach... Ich frage mich einfach echt, wie der das schafft. Hammer, ey. Ungelogen. Wollt er sich den? Ey, guckt euch das mal an. Holy shit. Wie krank... Ich beende das jetzt. Wie krank... Wie krank... Wie krank muss ein Spieler sein? Guckt euch mal an, wie er gerade geschossen hat. Der... Der trifft einfach. Der trifft einfach so unnormal. Werden da die Wände nicht gewesen wären, wäre schon längst... Der Typ ist schon längst gestorben. Er kann es einfach... Er spielt das wahrscheinlich seit seiner ersten Fortnite-Runde oder so. Diese Double Pump Gun. Wobei, das ist Triple Pump Gun hier. Triple Pump Gun. Das so muss ich mehr oder weniger den Titel nennen. Liebe Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir mal eine Bewertung da. Und vor allem, bitte, lasst mal wirklich vor allem eure Meinung da. Lasst uns das in den Kommentaren wirklich klären. Dann ist das wirklich jetzt der beste Double oder Triple Pump Gun Spieler? Fragezeichen. Man weiß es nicht. Aber für mich ist klar, dass er definitiv jemand ist, der schon einiges drauf hat. Und deswegen auch Spieler wie Myth, Ninja und Co. auch über ihn sehr, sehr, sehr positiv sprechen. Zumal er so oder so bei TSM ist. Er ist krank. Er ist wirklich krank. Also, er ist schon eine harte Nummer auf jeden Fall. Er ist wirklich krank. Ich sage bis dahin und zum nächsten Video. Ciao.